Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening präsentieren. Heute geht es endlich mal wieder Richtung Paragon Kisten. Die hatten wir das letzte Mal in Legion und jetzt zu Patch 8.1 sind wieder neue Paragon Kisten reingekommen. Wer jetzt nicht genau weiß, was das für Kisten sind, das will ich euch ja mal zeigen. Eine von denen habe ich schon im Inventar, Flacken hier, Vorräte der 7. Legion. Und wie bekommt man die? Man muss ein wenig Ruhfarmen. Und zwar haut man erstmal seine ganzen Fraktionen auf den ehrfürchtigen Ruf. Sobald man ehrfürchtig ist bei den BFA-Fraktionen, ist es so, dass man ab Patch 8.1 jetzt nochmal 10.000 extra Ruf erarbeiten kann und dann eine Kiste bekommt. Und ja, man kann theoretisch den Ruf dann nochmal um 10.000 weiter hochpassen und noch eine Kiste bekommen, bevor man eine abholt. Also sprich hat man so ein bisschen den Puffer nochmal, falls man vergisst die Kiste abzuholen, dass der Ruf nicht ins Leere geht. Das habe ich jetzt hier komplett ausgereizt bei der 7. Legion. Ich habe schon eine im Inventar und quasi kann ich mir jetzt gleich zwei noch abholen. Warum habe ich die nicht alle schon abgeholt? Weil die mittlerweile hier einzigartig sind. Heißt, man kann immer nur eine im Inventar haben. Sprich wird leider nicht mehr so große Openings geben, wie es denn zu Leachen war. Da konnte man die alle schick, ja quasi auf die Bank hauen und dann einmal gesondert aufmachen. Und ja, hier muss man das leider dann direkt machen, weil man die nicht so stacken kann. Selbiges habe ich jetzt auch bei meinem Hortenschall gemacht. Dort habe ich es genauso. Und zwar habe ich schon eine Kiste hier irgendwo, hier unten haben wir sie im Inventar. Und wenn wir jetzt mal gucken bei den Ruffraktionen, bei den Eidgebunden, hier quasi nochmal sogar zwei in der Pipeline. Jetzt vielleicht so die Info. Warum habe ich von der jetzt schon drei Kisten, beziehungsweise 7. Legion bei der Allianz auch drei Kisten. Bei den anderen noch keine. Liegt einfach daran, bei denen kriegt man immens mehr Ruf. Man kriegt durch, alleine schon durch die Insel Weekly, gibt es schon mal, ich glaube, sind es 2.500, 1.500. Auf jeden Fall ziemlich viel Ruf für die Insel Weekly. Dann hat man noch zusätzlich die Geschichte, dass man über die War Campaign jetzt relativ viel gekriegt hat. Dann für jeden Angriff quasi, also diese Übergriffe, hat man jetzt ja auch noch Ruf für die 7. Legion, beziehungsweise die Eidgebundenen heißen sie, glaube ich, auf der Horde und Seite 2 ist es schon gar nicht mehr. Ja, Eidgebunden. Also sprich, für diese Fraktion gibt es schon sehr, sehr viel extra Ruf, neben der Emissary Bag, die ja bei allen Fraktionen quasi vorhanden ist. Deswegen bin ich bei der schon wesentlich weiter und denke ich mal, ihr wahrscheinlich auch. So, bevor wir jetzt in die Kisten reinschauen, jetzt hier für das erste Video, neben der Erklärung, auch noch mal eine Übersicht, was an Items drin sein kann. Denn wir wissen ja alle, Mounts können nicht drin sein, das hat Blizzard ja angekündigt, nachdem sich die Leute beschwert haben über die schlechte Mount-Drop-Chance. Was haben sie gemacht? Keine bessere Chance reingemacht, wir lassen einfach die Mounts, ja. Blizzard-Logik, okay, diesmal sind keine Mounts drin. Wir gucken uns aber an, was jetzt drin ist. Also als allererstes haben wir hier quasi die Kiste von den Champions von Azeroth. Und da kann drin sein ein nettes Toy, hier ein Azeroth-Feuerwerk. Dann haben wir die Kiste von den Tortolanern. Da kann quasi ein Toy drin sein, noch ein Toy und ein Kochrezept. Dann schauen wir die Allianz-Fraktionen an. Da haben wir einmal Brautmeer-Admiralität, da haben wir ein Toy drin und ein Pet. Dann haben wir hier von, ja, diesen Feuerorden oder wie der auch immer heißt, hier in Drustwa oben. Da haben wir einmal ein Pet und noch ein Toy. Dann aus dem Sturmsangental haben wir einmal ein Pet und eine Glyphe, also ein Inschriften-Rezept für den Mage. Ja, ob man das braucht? Die Kiste müsste ich mir eigentlich gar nicht fahren, wenn ich mir so recht überlege. Das Pet kann ich mir mal herkaufen und das brauche ich nicht, weil ich keinen Inschriftler habe, wo ich die Rezepte sammle. Und dann, was haben wir als letztes? Siebte Legion, genau, das sind die, die ich jetzt aufmachen werde. Da haben wir ein Toy drin und wir haben ein Rezept für, was ist das für ein Rezept? Das ist, glaube ich, auch ein Kochrezept, oder? Krafts-Legionen, mal öffnen, das ist, ah, Inschriftenkunde, da, jetzt habe ich es. Ja, okay, es ist auch Inschriftenkunde quasi. Gut, okay, dann schauen wir jetzt hier unten weiter bei der Horde. Und zwar haben wir da einmal vom Zandalari-Imperium ein Toy, das wir uns erspielen können. Hoi, haben wir, oben haben wir immer zwei Items, ne? Hier haben wir tatsächlich nur ein Item. Dann haben wir, Talanji-Expedition, haben wir ein Pet und ein Toy. Dann aus Vuldum kriegen wir ein Toy, ein Toy, drei Toys gibt es in Vuldum, okay, krasse Scheiße. Und dann haben wir noch Hanabound, das sind die, die ich jetzt mache, also die Altgebundenen. Da gibt es ein Toy und ebenfalls ein Rezept. Und zwar auch, jetzt gibt es schon, ähm, ja, gut, also ein Kochrezept und drei Inschriftler-Rezepte gibt es anscheinend, okay. Gut, okay. Achso, das, ah, schau mal hier, das ist quasi, ähm, dieses Token, was man bis jetzt nicht bei der siebten Legion und bei den Altgebundenen haben konnte, dass man Ruf extra bekommt, ne? Wenn man eine Worldfast macht, gibt es jetzt quasi hier. Und bei der Gegenfraktion hier natürlich auch, jetzt checke ich das, also die zwei Inschriftenkundler-Rezepte sind einfach diese Ruf-Token-Items, die man sich drauf buffen kann, wo man dann nochmal den extra Ruf kriegt. Okay, das ist klar, das Kochrezept von den Tortellaner können ja beide kriegen. Gut, ja gut, und dann halt die Mage-Glyphe, aber, äh, ja, die ist ja jetzt, ähm, einigermaßen uninteressant, wenn man nicht unbedingt einen Mage spielt. So, jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt mal, äh, die Kisten auf, dass wir uns das mal angucken können, ob ich vielleicht einen Luck hab. Ähm, also ein Toy will ich auf jeden Fall schon haben. So, dann fangen wir mal an, erste Kiste. Und was hab ich rausgekriegt? Oh, ich hab, ah, die Dienstmedaillen sind drin, nice. Äh, äh, uh, und 3700 Gold hatte ich drin. Also vielleicht hier nochmal, um es rauszuziehen, 3700 Gold ist drin, was jetzt schon nicht schlecht ist, wenn man bedenkt, dass es im Moment relativ wenig Gold gibt. Dann die Dienstmedaillen, die kann ich brauchen, damit kann man sich ja Mountpads Toys kaufen, die es nur bei dem neuen Händler gibt. Also von dem her, äh, die brauche ich sogar echt richtig dringend. Und, ähm, die Ordensressourcen, oder Kriegsressourcen sind nett. Ja, kann man mehr Missionen losschicken, gibt auch coole Sachen, nimmt man mit, ja. So, jetzt würde ich sagen, ähm, hole ich mir die nächste Kiste. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich ein Toll krieg. Was hab ich gekriegt? Jetzt hat's noch mehr Gold gegeben, 4000. Hier wieder Dienstmedaillen und wieder Ordensressourcen. Also anscheinend die Ordensressourcen scheinen fix zu sein. Achso, und Azerid-Power hab ich auch. What the fuck? 2500 Azerid gehabt, das? Oh, das seh ich jetzt gerade erst. Okay, das ist ein Haufen Holz. Also 2500 ist ein Haufen Holz. Gut, okay. Also es gibt quasi jedes Mal, äh, 2500 Azerid. Na, ein bisschen Gold, das variiert. Einmal 3700, einmal 4000 hab ich gekriegt. 20 Medaillons und Kriegsressourcen. Gut, aber ein Item hab ich jetzt noch keins bekommen. So, ähm, jetzt bin ich natürlich einen Ruf drunter. Aber ich hab schon mitgedacht, ich hab hier die Quest hier nicht abgegeben. Von, von den Übergriffen. Gebt das jetzt ab und hab wieder genug Ruf, dass ich quasi noch eine Kiste holen kann. Und ich hab einen Umhang gekriegt. Ui, 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 ui. Und jetzt schauen wir mal, was hier drin ist. Komm, Toy. Okay. Ich hab, okay, ich hab jetzt drei Kisten quasi aufgemacht. Und dreimal kein Toy gekriegt. Aber es waren jetzt immerhin 11.000 Gold. Und Ordensressourcen, äh, Ordensressourcen, nein, Kriegsressourcen hab ich jetzt auch einige. Und hier die Dienstmedaillen, das war jetzt auch gerade nicht wenig. Also das lohnt sich. 20 sind nämlich viel tatsächlich. Ähm, wenn man von jeder Weltkost immer nur eins kriegt, sind 20 schon viel, ne? Man kann nur 5 bei den Übergriffen machen. Klar, die, die West, was ich eben abgegeben hab, hat auch nochmal 5 Gewitter. Aber sprich, ein kompletter Übergriff bringt dir halt 10 Abzeichen, ne? Und da kriegt man 20 raus, ist schon nicht so verkehrt. Gut. Ähm, dann wären wir jetzt auf der Horn-Seite soweit durch. Das gleiche hab ich jetzt mit der Allianz noch vor. Und zwar switchen wir jetzt auf meinen Allianz-Char. Ich hoffe, dass ich hier mehr Glück habe. Achso, warte mal, ich muss erstmal die erste Kiste hier aufmachen. Okay, hier hab ich auch kein Toy oder Pet oder irgendwas rausgekriegt. Auch wieder hier die Dienstmedaillen, diesmal von der Allianz, ne? Klar. Ist dann quasi das Pandan dazu. Ordensressourcen, äh, Kriegsressourcen, so rum. Und dann natürlich auch noch hier Azerid auch 2500. Ist quasi das gleiche. Dann schauen wir jetzt mal die anderen auch noch an. Hm. Wieder kein Dings. Und jetzt muss ich auch bei dem hier wieder irgendwas abgeben, dass ich einen Ruf krieg. Ähm, genau hier. Und da hab ich gesehen, das hier müsste doch auch Ruf bringen, oder? Für die... Ich hoff's mal. Shit, das hat keinen Ruf gebracht, oder? Doch, siebte Legion, 150 Ruf, perfekt. Auf das hab ich nur spekuliert, dass ich hier dann den Ruf noch krieg. Und dass wir hier gleich noch eine Kiste... Also wenn ich jetzt sechs Kisten aufmachen und gar nichts krieg, dann bin ich schon enttäuscht. Okay, ich bin definitiv enttäuscht von dem Ding. Kollegen haben mir erzählt, die Dropshows ist gut, sie haben direkt die Toys rausgekriegt. Anscheinend hatten die Kollegen sehr Lack und ich hatte kein Lack. Ich hab jetzt sechs Kisten aufgemacht und nichts, also nichts von, ähm, Wert. Also keine Collectible Items bekommen. Schade. Schade, schade, schade. Okay, einen Haufen Abzeichen hab ich bekommen, das ist nicht schlecht, da hab ich gar nicht mit gerechnet. What the fuck, wie viele kriegst du so aus, die ich jetzt hab? Okay, jetzt kann man Missionen durchballern, ne? Also, ich glaub, wenn du das machst, dann hast du keine Ressourcenprobleme mehr. Ja gut, okay. Ja, damit wären wir dann auch schon durch mit dem Video. Ich hoff, dem einen oder anderen konnte ich so ein bisschen aufklären, was es so ein Item gibt. Beziehungsweise, ja, vielleicht seid ihr auch am Sammeln. Schreibt mir gerne mal rein, ob ihr schon irgendwas rausgezogen habt, dass ich wenigstens so die Richtung gewiesen bekomme und weiß, okay, es kommt auf jeden Fall was raus. Und ja, vielleicht, wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Opening wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao. Ciao.